Vitamin D3-Spiegel hoch. Solange du keinen guten D3-Spiegel hast, sie sind immer bauständig aufwecken. Sie sind immer Körper, da muss was gemacht werden, da ist es nicht in Ordnung, da ist das Signal, die immer wach. Okay, D3-Spiegel ist mal hoch richtig, dann probieren Heideblütentee, Schlafstör in der Unruhe, dann probieren Tryptophan. Wenn Tryptophan nicht nützt, bedeutet der Körper, du Tryptophan nicht umwandeln in Melatonin. Dann probieren, 2 Milligramm Melatonin, 20 Minuten wirst du schlafen können. Und außerdem, homöopathisch noch dazu, hast du einschlafen, kannst du schlafen, gar nicht einschlafen oder grübelst du rum, an was denkst du rum oder was machst, warum schläfst du nicht? Probier Coffea D6, Coffea D6 ist Kaffee. Und dann Melatonin oder erstmal Tryptophan, Tryptophan ist frei erhältlich, Melatonin musst du dann besorgen. Aber erstmal Vitamin D3, wenn das Spiel nicht in Ordnung ist, steht Schlafstörungen, innere Unruhe. Dein Körper hat tausend Baustellen und lässt ihn immer schlafen, weil er Angst hat, da passiert was, da passiert was, da bleibt was stehen und so. Erstmal schön der Dreispiegel hoch, dann Heideblütentee mit Honig, das beste Schlafmittel. Wenn du dann noch immer nicht schlafen kannst, Coffea D6, homöopathisch, 3x5 Globuli und dann Tryptophaner Zeit lang genommen, wenn noch immer nicht, kann der Körper Tryptophan, dann Melatonin genommen. Drei Wochen genommen, eine Woche Pause, 2 Milligramm. Drei Wochen Drei Wochen Drei Wochen Bis zum nächsten Mal.